Ich will dir was zeigen und du weißt ja, du hast gesagt, du hol mir Eis und bring mein Kind. Ja, da heraus ist aber romantisch als wie im Auto drin. Wir sind bei einem Kloster angekommen und er hat mir vorher gesagt, wir fahren zum Ei essen. Da gibt nur Lokale, die man Ei essen kann, keine Eisdele.